Yo Leute, hier ist es wieder in Station 1. Heute ist der 8.11. Absteh ich die Xbox bekommen, ist noch schnell in den Toren gewesen, bin ich heute schnell hingedüst, mit dem Fahrrad so schnell in den Reit. Boah, so schnell könnt ihr nicht denken, ich bin so über alle Rotampeln, dass ich nur die durchschneide noch kriege, weil ich will die gleich schön zocken, bis sie anskommt. Geil, jetzt packen wir die zusammen aus. Da habe ich schon lange drauf gewartet. Geil, oder? Mal Schüssel hier weg. Ja, ist klar. Ja, da habe ich lange drauf gewartet, Leute. 1, 2 und 3. Oh, hier oben ist Dreckbeschreibung, so eine Kacke. Haben die anders gemacht. Und jetzt holen wir die Xbox raus. Das ist gut, das Stück. Ach, hier hinten sind die Stromkabel. Aber erstmal. Die Xbox One X, Junge. 4K Monitor drauf tocken jetzt gleich. Erstmal gleich reinrichten, das ist 2 Minuten Arbeit und das ist... oder 3 oder 4 Minuten. Weg mit der Kacke. Hier. Hier, Leute. Ist die Xbox One X. Dö, 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 dö. Gleit, oder? Wuhu. Wuhu. Dö, 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 dö. Oh, noch ein Getroder dabei. Den benutze ich auch gleich mal direkt. Dann lass ich erstmal für WC, weißt du. Den Batterien dabei. Gut, ich hab keinen Akkus dabei gekauft. Die Sonne schnell hab ich vergessen. Musch morgen nochmal hin. Ja, am 9. nochmal hin. Oh, ich wollte erstmal die Batterien rein. Guck mal, das ist das Stromnetzteil. Viel kleiner geworden als bei der alten scheiß Xbox, die ich verkauft hab. Ja, Leute. Das soll erstmal gewesen sein, so ein Unboxing. Hier ist der Controller dabei. Erstmal mit Batterien benutzen. Sonst war's erstmal. Ciao, haut rein. 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 Vielen Dank.